Erster Punkt ist, wir müssen die Rahmenbedingungen für den Mittelstand und die Landwirtschaft in dieser Region weiter verbessern. Dazu gehören Steuererhöhungen sicherlich nicht. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass Ausbildungsplätze für junge Menschen entstehen, dass sie hier in der Region bleiben, dass Arbeitsplätze gesichert und erhalten werden. Zweiter Punkt, eine deutliche Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Stichworte A98, B31, B314 und natürlich die Lösung der Flugverkehrsfrage. Und letztlich eine Stärkung des Bereiches Gesundheit und Tourismus, weil das ein wichtiges Standbein für die Region ist. Und da könnten wir zum Beispiel über ein Präventionsgesetz, das auf Bundesebene zu verabschieden ist, den Reha-Bereich hier im männlichen Raum weiter stärken helfen.